Wer macht das? Freilich! Ein Freilich! Ein Freilich! Ich werde hier den Stunt jetzt! Meine Damen und Herren, ohne Musik! Musik mal leiser! Und Action! Ich hoffe, die Kameraden sehen das und werden hier reinspringen. Musik Wenn die jetzt hören könnten, was ich sage, dann würden sie es bestimmt tun. Musik So meine Damen und Herren, treten Sie bitte von der Straße weg. Bitte zurücktreten. Musik Also diese Gleitfalsche... Und wenn der Erich mich da hören würde, kommt Erich hierher. Erich, komm hierher! Komm in die Warnhofstraße! Komm hier rüber! Erich, komm hierher! Na, er dreht ab. Will er wohl nicht. Na, die haben eine ganz kleine Landefläche. Das kann möglich sein, dass der Erich hierher kommt. Die sind hier eingeflogen. Erich geht ein bisschen weiter zurück. Hier kannst du rein. Ja, prima. Anflug hier! Komm hierher! Erich, hier rein! Er will nicht. Er hat sich einen Platz ausgesucht. Na ja, Sicherheit geht vor, meine Damen und Herren. Asylen und Herren, mit einem Wahnsinn-Zahn kommen die runtergeflogen. Aber ich gehe davon aus, dass sie heil landen. Wir können die gleich hier vorne, bei mir, hier, bei der Litwun. Und in welcher Lage standen die Kameraden den Grünen? So, wer sich den Spaß noch nicht erlaubt hat, der soll es mal versuchen, in Lüttke-Lage, nicht? Mit Urkunde, wer es schafft. Hey, die Jungs, kommen hier gleich her. Ihr könnt alle hier bleiben, nicht? Könnt ihr mal von nahem betrachten, könnt ihr auch mal anfassen, nicht? Oh, Gott, nein, nicht schön, nicht? Also, was im Auge? Riecht ein Bierglas. Oh, Gott, nein, nicht schön, nicht schön. Hier ist nichts leckeres als der Oog. Ja, das ist schon. Kuckuck. Ja, hau, das ist schon. Ja, tschüss. Hier eben auch. Woh! Das war die Wengepfiff. Ich probiere was da oben annehmen. Hier, Georg Ritama rüber. Hier, Georg Ritama rüber. Ritama. Jetzt gibt es gleich eine solche Pfeife. Hier, Georg Ritama rüber.